Ich habe mich in der letzten Zeit ein wenig zwangsweise mit Unity beschäftigen müssen und habe ein Videospiel programmiert. Das hier ist jetzt Illustrator und das hier ist grob wie mein erster Screen aussehen sollte, als ich mich noch nicht mit Unity beschäftigt habe und beschlossen habe, das soll mein Spiel werden. Und ich habe so ein bisschen überlegt, worum soll es da gehen und ich habe irgendwann überlegt, ich möchte eine Pflanze als Hauptcharakter haben, was nicht unbedingt verwunderlich ist. Ich habe mich in der letzten Zeit viel mit Pflanzen beschäftigt und unter anderem auch aussterbende Pflanzenarten und ich dachte, wie wäre es, wenn ich als Hauptcharakter eine Pflanze habe, die vom Aussterben bedroht ist. Und dann habe ich beschlossen, es soll eine Art Jump'n'Run werden, so ein bisschen a la Hollow Knight zum Beispiel und habe mich da auch sehr an dem Stil orientiert. Aber was ich euch eigentlich zeigen möchte, sind so ein paar Grundlagen und einfach, weil ich es spannend finde, weil ich habe mich vorher nie mit einer Game Engine auseinandergesetzt und hatte auch keine Ahnung, wie sowas funktioniert. Ich habe sowas nicht wirklich gesehen, ich habe mir mal ein bisschen was in Unreal angeguckt, aber nur die Sachen, wie man ein bisschen was zusammenbastelt. Aber tatsächlich, wie so eine Spielmechanik funktioniert, das war mir relativ neu und ich vermute, das ist relativ vielen Leuten neu, also dachte ich, zeige ich einfach mal ein bisschen was. Man sieht hier schon direkt, das Ganze ist ein 2D-Spiel, aber das Ganze funktioniert trotzdem in mehr als diesen zweidimensionalen Ebenen. Wenn ich das hier jetzt nämlich so ein bisschen bastle, kann ich hier sehen, alle meine 2D-Assets, die ich hier so reingezogen habe, das sind nicht nur Bilder, die ich in Illustrator gemalt habe, sondern teilweise auch Animationen, die aus mehreren bestehen. Die liegen hier in verschiedenen Ebenen übereinander und damit kann man so eine Art Parallax-Effekt erzeugen, kennt man ja auch von Webseiten. Zum Beispiel, man läuft hinter Sachen her und sieht dann auch, wie das Ganze, wie die Einzelnen eben sich unabhängig voneinander bewegen. Ich habe das Spiel einfach mal gestartet und wenn ich jetzt hier so ein bisschen herumlaufe, sieht man schon, diese Blume kann sich ein wenig hin und her bewegen, kann ein bisschen hüpfen und direkt sterben, weil ich in die Pflanze oben reingesprungen bin, die offensichtlich noch zu viel Schaden macht. Wenn ich hier reinlaufe, kriege ich nur so ein bisschen Schaden, alles in Ordnung. Wie funktioniert das Ganze? Diesen Parallax-Effekt sieht man jetzt hier, hier sieht man jetzt diese schwarzen Ebenen, die hier vorne so ein bisschen vorweglaufen und im Hintergrund bewegt sich sehr viel gar nicht. Und wir haben hier ganz viele verschiedene Aspekte, die hier zusammenspielen, unter anderem hier dieses Kamerasystem und hier auf der anderen Seite, das hier sind mehrere verschiedene Kameras und die bewegen sich halt in diesem dreidimensionalen Raum und bewegen halt damit den Hintergrund vorher und hinterher. Aber da die Zeit gar nicht so viel ist und Unity relativ komplex ist, gehe ich mal in Level 2, wenn das hier einfach läuft, anscheinend nicht, doch, doch, geht doch. Und schaue mir das hier einmal an, denn in Level 2 kann ich einmal ein bisschen was zeigen, wie das Ganze hier mit der Programmierung funktioniert. Denn was ganz interessant ist, hier sieht man jetzt ganz viele Lichtaspekte, die Sachen werden nur beleuchtet, wenn man als Charakter selbst dort ist. Aber das hier ist eine Wurzel, beziehungsweise eine Dorne und diese Dorne hat ein Skript und dieses Skript heißt Dornenskript und das ist in C-Sharp geschrieben. Und wenn ich mir das Skript ansehe, kann ich das hier vermutlich starten, genau, öffnet sich mein Visual Studio Code. Und was ich hier machen kann, ist, ich kann eine Variable erstellen, die nenne ich GameObject. Und dieses GameObject ist tatsächlich ein Objekt, was nicht nur in diesem Skript oder in anderen zugehörigen Skripten referenziert werden kann, sondern ist ein Objekt, das ich in Unity definieren kann. Das heißt, sobald ich das erzeugt habe, kriege ich hier diese MyConnectedThorn-Variable, die ich da erstellt hatte, und kann jetzt hier ein anderes Objekt reinziehen, irgendein Objekt aus meiner Hierarchie. Das können irgendwie Charaktere sein, das können Pflanzen sein, das können irgendwelche Hindernisse sein oder so. In diesem Fall ist es an dieser Stelle diese andere Dorne, die hier oben ist, und sobald ich die hier unten zerstöre, wird automatisch auch die obere zerstört. Damit kann man so eine kleine Türmechanik oder so machen, also extrem simpel in diesem Fall. Und da die Zeit fast schon ausgeht, kann ich das einfach mal machen und kann da mal runterlaufen. Hier sieht man eine lustige Blattlaus, die mir entgegenkommt, die kann ich auf dem Weg mal kaputt hauen und laufe einmal zu der Dorne. Wenn ich jetzt hier mir die Dorne hier oben ansehe, ist sie vorhanden. Und wenn ich jetzt nach da unten laufe, wo die Connected Dorne ist, kann ich die kaputt hauen, kann dann zurück an den Platz nach oben laufen und sehe dann, die andere Dorne ist auch kaputt, weil ich das Dornenobjekt in der Hierarchie direkt zerstört habe. Das kann man auch während des Spiels immer hier in der Hierarchie sich ansehen, aber das ist ganz grob, was ich spannend fand, dass das geht. Das ist wahrscheinlich für Leute, die irgendwie viel Game-Entwicklung machen, komplett trivial und komplett normal, aber ich fand es spannend, ich fand es ganz cool und das hier ist mein Spiel und ich habe auch schon überzogen. Vielen Dank. Applaus